Fahre mit einer Quadramme zur Gipfelspitze ist ein neuer Season-Auftrag aus der 11. Woche und hierbei müssen wir natürlich erstmal so eine Quadramme besorgen und zur Gipfelspitze fahren, die genau hier ist, beim neuen Ort Corvacarban. Und ich zeige euch jetzt mal, wo direkt hier in der Nähe diese ganzen Quads sind. Es gibt hier ein paar mehrere Orte, zum Beispiel hier diese Tankstelle ist gut dafür oder auch da vorne diese Oberknackerhütte, glaube ich. Und hier diese kleine Hütte, wo auch ein Charakter ist, da sind auf jeden Fall hier drei Orte direkt in der Nähe, wo es Quadram gibt. Und ich gehe jetzt einfach mal hier zur Tankstelle hin. Von hier oben sieht man es auch schon, da ist eine Quadramme und die holen uns direkt mal und dann müssen wir damit einfach diesen Gipfelruf fahren. Und zwar genau da vorne den, ich kann es nochmal kurz zeigen, der Gipfel ist dann genau hier bei Corvacarban. Da müssen wir einfach mal hoch, dann soll ich aktivieren direkt den Boost hier, da sind wir ein bisschen schneller und gleich sollte man es auch schon sehen, dass wir hier den Ort besucht haben. Das hier oben ist auf jeden Fall die Gipfelspitze und ich stelle mich jetzt einfach mal hierhin, das ist auf jeden Fall der Ort, hier müsst ihr einfach hoch, genau da eine Stelle, kann man perfekt hochfahren. Das hier ist ja die Gipfelspitze und mehr muss man gar nicht machen, einfach mit so einer Quadramme. Und die ist wie gesagt hier direkt in der Nähe. Also einmal hier bei der Tankstelle, bei der Hütte hier oder auch hier, wo auch der Charakter ist, kriegt man ganz easy in der Nähe diese Quadramme, mehr muss man dazu gar nicht sagen.